was geht ab meine freunde willkommen zurück auf meinem kanal heute wieder mit battlefeed hardline ich bin ösa los geht's meine freunde heute auch in der staubwüste wieder eroberung kurs los geht's das dauert wieder lange los geht's was soll ich dazu noch sagen was soll ich dazu noch sagen ja Hör mir aufpassen, ich brauche eine Granate! Haben Sie die Lage erstabilisiert? Erfassen Sie ihn los, nicht knapp! Los! Achtung! Schade, schade, schade… Ach, schade… Schade, schade, schade… Da ist eine Ammozell. Wie wär's mit einer Granate? Hey, Vorsicht! Da kommt ein Heli! Noch eine Mitsfahrgelegenheit. Siehe hier einen Kampferi. Also nicht mal ich wieder. Mann! 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 Okay, der Kerl hat geplaudert. Die Wäsche ist, wo sie steckt. Mann! 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 Kann mich einer mitnehmen! Egal, wenigstens habe ich ihn noch geholt. Arzt alle Verdächtigen! Die kennen unsere Position, verdammt! Achtung, wir haben ein Gebiet verloren! Nice, mit der Ohren! Der KD bleibt gleich, 1er KD, lehnt! So ist das! Komm schon! Los! Hier ist mal einer mit dem Fernseher! Achtung, die Verdachtspersonen übernehmen ein Gebiet! Da ist einer bei so 10! Los geht's! Scheiße, ich brauche mehr Stärkung! Hier, ein Medikind für dich! Hier, ein Medikind für dich! Auf Wiedersehen! 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 Ein Officer wurde getroffen! Officer wurde getroffen! Officer wurde getroffen! Wir brauchen dieses Gebiet! Das ein Mensch, ein Granatwerfer überlebt, das ist mir neu. Ich habe einen Blutbomber! Ich habe einen Blutbomber! Schön mit den Heli! Ich habe einen Blutbomber! 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 Redaktion ist bereit! Verdächtiger Feldgenagel! Tengas, was von der Tür für dich? Dein Rückschirr ist einsatzbereit. Dein Rückschirr ist einsatzbereit. Das ist uns klar, dass da ein Kampffähig ist. Wenn jetzt alles gut läuft, ist der Kampffähig gleich nicht mehr da. Alle Einheiten, wir haben die Lage stabilisiert. An alle Einheiten, 1026, Einsatzkräfte haben das Einsatzgebiet gesichert. Wir müssen uns dieses Gebiet sichern. Ich bin vor Ort und warte auf weiteren Weisungen. Mobiler Kommandoposten, Einsatzgebiet ist sicher. Verdachtspersonen haben ein Transporthelie. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich bin weg. Du bist weg. Ein Heli. Seid es nicht. Drüben an den Zeichen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Schön hinter mir. Verstehe ich nicht. Drüben an den Zeichen. Drüben an den Zeichen. Verstehe ich nicht mehr. Das ist doch nicht. Verstehe ich nicht mehr. Achtung, ein Kampfhelie! War wohl nix mit der Einser-Kadde. Achtung, Verdachtversorgung hat ein Gebiet übernommen. Wir haben den Kerl zum Regen gebracht. Wir wissen, was wir sehen. Das war natürlich peinlich jetzt. Das war richtig peinlich. Das war wirklich richtig peinlich. Verdächtige sind auf unser Gebiet vorgehalten. Wir haben uns, wie wir vom Hals schaffen! Kleines Geschäft! Warum ist diese scheiß Waffe auf Einzelschuss? Warum, 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 warum ist diese Waffe auf Einzelschuss? Was? Ich habe die Schreiber auf ein Zeichen. Ich habe die Schreiber auf den Strang auf die Schreiber auf die Schreiber auf den Flachen. Okay, Ziel ist markiert. Die Kiste ist nicht schlafen. So Leute, das war's für heute wieder. Hoffentlich seid ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei. Hau rein. Ciao.